und der unter ganzem was hat baum bb das baum schreibt alles in die kommentare was er denkt wird um meine videos findet das ist ziemlich gut im schreibt um die kommentare das video wo ich schon mal gesagt hab ich soll nicht wo mehr hochgeladen ja aber nicht mal veröffentlicht muss jetzt auch mal langsam geschehen ich hab jetzt bis 18 die bis bis 17 alles hochgeladen bis 16 habe ich am 20 8 immer noch nicht veröffentlicht das bedeutet ich werde heute wie in der vorfolge schon erwähnt es ist nicht erwähnenswert ist ihr könnt aber wissen jetzt am 8 nur nur nein das ist auch noch das fenster am 20 flieger achten werdet ihr alter flieger ver- blutig diesmal möchte ich nicht nein diesmal möchte ich nicht dem aber oh man müsste noch eine tasse haben damit man das trotzdem immer noch frei wählen könnte aber nur gut oder das war vielleicht kleinere äh schmalere mauern hat zum bauen da hinten sind die schon ach du scheiße und die springen gleich alle hoch nein nicht dass du mir hier noch weg wachst wieder hochfliegst in die Lüfte glück gehabt mein lieber herrn von zuvogel ich bin schon wieder bei einer halben stunde sehe ich gerade wie schnell alt das ist die letzte folge also kriegen wir leider in dieser folge nicht das haus zu ende ach fliege hier das ist doch nervig ich sollte hier mal so einen klebestreifen hin machen damit die fliegchen da rein fliegchen und ja ich denke mal hier nach wird es das gewesen sein ich reiß hier gleich aus wieso gibt es fliegen warum schreibt es in die Kommentare nein tut das nicht schreibt mal in die Kommentare ob man das in die Kommentare schreibt ok ähm Trophischissen ich baue das jetzt hier fertig ist doch nur noch ein Baum ne doch ein großer da hinten ist auch ein großer guten Tag wie geht es Ihnen wie gefällt Ihnen denn mein Inventar so heute scheinbar nicht so gut sonst wird das Vieh nicht wegfliegen ich fühle mich jetzt auch sehr beleidigt von dem Vogel ich äh überlege schon ab wie ich den anzeige aber ach was um nochmal kurz zum ähm Server zurückzukommen ähm vielleicht stellen mir auch andere einen Server zur Verfügung dass eben andere das kaufen äh Problem ist kann man sich dann auch verlassen es kommt natürlich immer darauf an wer es juckt hier kratz 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 ähm wer diese denn auch veröffentlicht ach quatsch kann man drei mitnehmen oh alter hab ich mir grad ge warte mal wie ist das Mist okay ich lasse ich gleich jetzt so irgendwie mitschleifen wäre auch cool wenn man so einen Wagen haben könnte aber na gut ich will auch gleich mal kurz gucken wie groß die Lücke denn dazwischen jetzt geworden ist und ich muss wieder was essen ja gut essen nein der leuchtet jetzt nicht mehr wo bist du denn gerollt ihr habt ihn bestimmt schon gesehen ich auch ich auch hab ich gesagt nein 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 oh Spieler von Payday 2 so ein Event da war eben grad schon so ein Event aber oh nein oh Gott oh Gott Gott oh Gott doch große größere Lücke als ich gedacht hab äh ja gut okay das bedeutet sechs Baumstämme das wiederum bedeutet wie ich brauch ein Lockholder nein 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 ach man fickt euch doch alle scheiße nein ich muss mich hier mal bücken wenn ich hier lang gehe ach man Probleme über Probleme ach man ja cool wenn man eine Schaufel hätte dass man da unten kurz ein bisschen wegbuddeln könnte aber ach man ich hab da nicht drauf geachtet auf alles achte ich was mit Bauen so zu tun hat alles baue ich einzeln aber nicht die nette Tür okay jetzt bräuchte ich Sticky's bräuchte ich Sticky 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 hey mein Lieber ja alter ja warum haue ich mir sowas zu oh nehm doch die Axt wieder in die Hand kann man das hier auch fällen Nein Ich kann nicht mehr rennen Huch, hab ich gerade mitgekriegt Kann aber noch springen, das bedeutet Ich glitsche mich mal ganz kurz hier über die Mauer Hui Na, was heißt glitschen? Ich springe über die Mauer Bapapapapapap Gut, ach ja Ey, man kann 10 mitnehmen Okay Ich werde jetzt Erstmal was essen Oh, ich muss Essen holen Langsam mal wieder Ich werde, ah, geht schon wieder 35 Minuten Okay, eine Überlänge Folge Oder ich mach daraus 2 Folgen, dann mach ich jetzt 50 Minuten Oder mehr Hallo, es wird fertig Weltfertig Gut Dann auf jeden Fall Hallo und herzlich willkommen Zur Folge 19 20, 19, 20 Wollte ich nicht Wenn ich es nicht vergesse Wie ich so gerne So etwas vergesse Zu machen Da hinten sind 2 große Bäume 10, dann hätte ich 4 so nochmal Oder eben auch Ja Ja Ja, die nehmen wir, die 2 Ja, die 2 5er Bäume nehmen wir hier Noch bevor es dunkel wird Da mal gucken 2 kurze Folgen oder kürzere Folgen wären auch doof Pfff, mir fällt schon was ein Die Welt ist nicht klein genug Ja gut Die Welt ist doch schon ziemlich klein Und die Version 0.0.0.0.6 Gibt es leider auch erst in 7 Tagen Regt mich ein bisschen auf, dass es noch so lange dauert Aber Ich hoffe, dass mein Speicherstand dann noch geht Wenn ich Rasse ich nur ein bisschen aus Ach Pfff Ne, aber das wäre echt doof Wenn ich nochmal von vorne anfangen müsste Dann ist das hier wieder alles umsonst Weil die alten Safe Data Die Ich hab gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt Echte, da war nichts zu finden Oh Ah, ich wollte gerade fragen, wo sein Freund ist Hat sie schon erledigt Liegen alle beieinander Die kuscheln So, dass ich sie Oh, zwei Baumscher mit die Kuscheln Krrr Ok Zwei Schupeu noch Trotzdem hole ich mir da oben ein Filmwerberbaum Damit ich hier noch welche zur Verfügung habe Zur Verfügung gestellt von www.zurverfugunggestellt.de Müsste in diese Richtung fallen Könnte ein Problem werden Wegen dem Stickbaum, dass es dagegen kommt Ah Ich müsste ein Stickbaum Kolder bauen Sollte ich? Da hat gar nichts mehr in der Hand Äh, du willst du jetzt wohl nicht wieder glitschen? Was? Was? Jetzt kommen auch bald Videos Von Slowmotion wieder Ich finde das, ich weiß nicht, Slowmotion ist schon was Schickes Manche finden das vielleicht öde und langweilig Aber, weiß nicht, wie so etwas explizieren Was? Fortsbomben oder sowas Huch Äh, du willst du jetzt mal kurz wegschmeißen? Manchmal geht das nach einer Zeit wieder weg Achso Mit Hä? Was soll das hier mitgeben? Was soll das hier mitgeben? Jetzt habe ich eine SMS bekommen Äh Okay Gut Na Die voll Alter Jetzt kriege ich gerade so übelst verbrannt Ah Wartet mal Das A war nicht, weil was gebrannt hat Nein Äh Mein Holzfußboden löst sich langsam Ich brauch da mal einen Teppich Sieht schon sehr schön aus Okay Sticky ist leider verbuggt Das bedeutet, ich muss gleich mal auf den Desktop gehen Hätte ich gerade machen können? Ja Ich weiß Aber Habe ich jetzt nicht dran gedacht Ach, ist mir jetzt auch egal Du wirst gefällt und dann bist du weg Die Bugs kann ich sofort wieder ausnutzen Also werde ich jetzt wieder einen Inventarbug haben Wegen dir Nein Schon wieder eine Nachricht bekommen? Hä? Nein Die gleiche SMS nochmal bekommen Ey, die Sticky sind viel dicker, oder? Wissen Ich glaube, die sind dicker Naja Okay Wenn du schon hier so Achso, ich brauch euch ja auch Nein Ich brauch euch alle Dich brauch ich vor allem Ah, ne Ist eigentlich egal Das bedeutet 50 Minuten Let's Play Sehr gut Wo du hinfällst Du gefällst mir, du Baum Tanne, besser gesagt Ist also Tanne Bisschen schräger Dass die vielleicht noch zu mir rollen Diese Richtung liegt keiner hier Der rollt sogar runter Direkt zu meiner Base Sehr netter Baumstamm Hier muss ich mich wieder ducken Ducken Es ist hier eine Flieger auf meinem Bildschirm Achso, ja, immer noch die gleiche Flieger Ich glaub, die hat mich gern Geh weg Ich hab die gehauen Ich hab die fliegen gehauen Alter, was jetzt viel 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 schlimmer ist Wo ist mein Baumstamm? Da und liegen zwei Hä? Wartet mal Einen hab ich verbaut Zwei Doch Stimmt Ne Ach, ist mir jetzt auch egal Wegen einem Baumstamm Ich bin schon gleich wieder bei 50 Minuten Aber dann geht das diese komplette Folge Eine Stunde Aber aufgeteilt Hab ich jetzt eigentlich schon zur Neuen In Anführungsstrichen Folge Hallo und herzlich willkommen gesagt Wenn nicht Hallo und herzlich willkommen Zum Fastende der Folge 20 Im Hardcore-Modus natürlich Ist immer noch Jo Naja, okay, gut Gut in Anführungsstrichen Ähm Wir bauen hier vorne Wie immer Vor der schönen Eingang Fackeln hin Ich glaub die Eingeborenen Kommen noch nicht mal durch Wär natürlich geil Na los Hab ich gemacht Ja gut, ist natürlich ein bisschen doof Kann ich das Ach, ist mir so egal Halt Ne, brauche ich nicht mehr Doch, ne, ne Ne, Quatsch I need stones Ich brauch jetzt Steine Sechs Stück Kann ich natürlich nicht mit einmal alle mitnehmen Weil man kann ja nur drei Man kann ja nur drei Steine mitnehmen Ich hoffe das mit den Stickys wird gefixt noch der Bug Dass man 0 im Inventar Das man 0 im Inventar haben kann Also, dass da dann 0 steht Wäre das jetzt hier schon die Vollversion von einer vom Spiel Würde ich mich aufregen Aber nö, es ist eine Alpha Es ist nur noch eine Pre-Pre-Pre-Pre-Pre-Pre-Alpha oder sowas Ne, kein Stein, kein Stein, kein Stein Kein Stein Ich brauch noch einen Stein Den brauch ich jetzt nicht mehr Ich hab mich jetzt schon dreimal Und ein Stein Okay, ich hab alle sechs Steine Sehr schön Äh, das werd ich jetzt nicht ausnutzen Den Bug Ich werd einen hinbauen Die Axt nehmen Damit ich Den nicht Doppelt und dreifach nutze Weil, wie man sieht So, genau Damit hier jetzt Oh, ist das hell Sehr schön Schön am Strand gebaut Oh, Alter Was denn der ist weggepackt? Welche steckt? Oh, ist das schön Ne, Möwe Ne, Möwe Ja, Möwe, ne, Möwe Dann schlaf ich mal Oh, vielleicht kommen da die Eingeborene noch nicht durch Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Zum Ende davon Tivoristos WC Blitz Habe ich Fische eigentlich? Ja Aber nur zwei Das bedeutet Ich geh mal kurz auf Fische Ja Nein Ja 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 Wäre geil, wenn die Haie vom Blut von den Fischen so ange Angezu Alter, das sieht komisch aus Packt das durch den Boden Oh Das Spiel ist ja Was? Man kann zwei Fische nur mitnehmen Alles klar Vielleicht gibt es deswegen Speicherprobleme Dass man eben wirklich von vorne anfangen muss Weil es einfach nicht geht Ne Glänze, Popo Katsching Aber Ich weiß es nicht Die brauche ich noch einmal Nein, die brauche ich doch noch einmal Vielleicht gibt es doch irgendwann wieder So ein Update, dass Mein Speicherpunkt wieder nicht funktioniert Und dann Warte ich wahrscheinlich Dann war es das erstmal Mit Let's Play T4 Restos Aber ich glaube eher nicht So wie ich mich kenne Ich werde auch wahrscheinlich Das nicht Boot ist hier Das gibt es nämlich nicht Ähm Wieder eine Was ist neu machen Habe ich jetzt die Folge Total verpeilt Nein, ich hatte keinen Bock Aber diesmal Detailliert Wurde in der Vorfolge schon Bei meinen ersten Was ist neu Ziemlich bemängelt Dass ich das nicht gemacht habe Finde ich Voll ganz verständlich Auch wenn ich Unten in der Kommentarleiste Äh In der Beschreibung Hingeschrieben habe Was Alles neu ist Ich glaube auch hier liegen noch Zwei Haie Meine zwei Hai Seit dem 20.08. Habt ihr alle Videos offen Bis Zur 18 Und heute Ist der 25 Ich würde so machen Wenn ich jetzt wirklich Am 25. Und öffne Für euch Also öffentlich Stelle Aber ich mache ich eh nicht Entweder früher oder später Weiß ich nie genau Ich sollte nicht reden Wenn die kurze Aufnahmen werden Das hört man ja so Abgehackt glaube ich Ist natürlich auch doof Jetzt ist meine Laune so Jetzt ist meine Laune so Oh ne Oh ne Ist die doch doof Hast Und jetzt ist meine Guck mal hier Will ich da mal durchrennen Mein Lieber Willst Ne 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 Ey 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 Wow Hyperaktives Vieh Oh du auch jetzt Jetzt auf einmal Ja Fliegen da Fliegen da eingeboren Oder ist das ein Totem Von denen Oder ein FAG Na gut Das ist Ist es eine Ente Ist es Ist es ein Flugzeug Ne warte Wie war das Ist es Ist es ein Flugzeug Nein Das ist eine Ente Die man Kann man wirklich nicht töten Sehr detaillierte Viecher Ehrlich gesagt wirklich Also Auch wenn es ein bisschen Eckig ist Und er eckig wirkt Und der Ton Sag ich doch Hat sogar gepasst Ich schiebe euch weg Ihr bösen Tische Ihr macht mir doch nichts Frösches Ein abgebrannter Leichenteil Es ist so eine schöne Fröhliche Musik Hier so einblenden Ne das hört sich ja gruselt Nicht an Weiter Ja gut Okay Es war eher so eine Hippe Groovige Musik Aber okay So Timer habe ich jetzt auch ausgeschaltet Ich werde dann Versuchen Perfekt In der Mitte zu Teilen das Video Aller spätestens bei 30 Minuten Glaube ich Mal gucken Weil ich habe jetzt meine Stoppe Versichert nicht ausgeschaltet Ne Quatsch Wartet mal Habe ich die noch Läuft die noch Läuft die noch Nö Bei 49 Minuten Exakt Stehen geblieben Ich habe jetzt nochmal Auf Start gedrückt Damit ich jetzt nicht Zu sehr lange viel mache Äh Ihr wisst was ich meine Und ich werde wahrscheinlich Offscreen hier wieder mal Eine Brücke bauen Oder 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 im Zeitraffer Die Zeitraffer ist doof Kann ich vielleicht Nachsynchronisieren Aber was soll ich denn Schon großartig sagen Und außerdem ist das Blätter sammeln Außerdem ist das auch Ein bisschen peinlich Wenn ich dann hier so sitze Vor meinem Schreibtisch Und die ganze Zeit So tue Als ob ich das nicht Nachsynchronisiere Das ist ein bisschen doof Ich glaube dafür hat jeder Verständnis Könnt ihr machen Ihr könnt euch gerne Hinterm PC setzen Und alles nachsynchronisieren Oh hier ist Wasser Hier ist Wasser Hier ist Wasser Event gestartet PD2 Ich glaube sogar Das war von meinem Clan La 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 Für Payday 2 Hört sich interessant an Muss man sowieso Da wieder öfters Mal aktiv sein Ich war ja schon seit 3 oder 4 Monaten Nicht mehr Und Ja mal Glubschi Glubschi machen Na Ich kann mich nicht abbauen Ne Ähm Ne das vergesse ich Mit Zeitraffer Bestimmt hier wieder Beim letzten Mal Alter Flieger Ohne Scheiß Verpisst ich jetzt Das letzte Mal Hab ich das Grad noch so Wieder In den Hintergedanken gehabt Ach Wißt du was Zu meiner schönen Knuffigen Base Dann gehe ich jetzt nicht Ich gehe zu meiner Hier Hier Regen Base Und ich sehe auch gerade Mein Hunger Ist ja derbe runter Aber mein Meine Ausdauer nicht Wundert mich gerade Alter Flieger Jetzt ohne Witz Such dir irgendwelche Freunde Oh Guck dir mal diesen Pixel Schatten Und diesen vierkigen Minecraft Schatten Mal gucken ob er sich Verbessert Wow Äh Äh Brennen die jetzt wieder Komplett Die brennen echt Ah ne Hat ja noch gar nicht angezündet Äh Ja okay Na gut Okay Na gut Ja Ich denke mal Das ist Für heute mit Minecraft Mit Forest The Forest Äh Getan ist Zwei Folgen Ne Drei Das müsste sogar Drei gewesen sein Ja Alter Und ich muss die Flieger Töten gleich Da kann WWF auch nichts Gegen tun Na gut Schütze auch nur Pandas Nein Nein Ich würde auch gerne wissen wo das Doch hier wartet mal Das sind drei Stück die noch frei sind Und zwei Stück die unter der Erde sind Ansonsten Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Ich hoffe dass hier was gewachsen ist Dann nicht Wir warten nochmal kurz Nein das kann ich auch im Offscreen machen Ich soll nur gucken Ansonsten Jetzt hört hin Fuck Die Fliege war schneller Okay Ah Tierquälerei Nein das ist Fliegerei Das ist keine Tierquälerei Das ist Fliegerei Und Die Folge geht länger Trotzdem schreibt in die Kommentare Könnt ihr jederzeit machen Wie euch dieses Video Das Vorvideo Das davor das Video gefallen hat Na gut bei diesem Video habe ich jetzt nicht korrekt gesagt Guten Tag und herzlich willkommen Weil ich wollte auch nicht von vorne anfangen Weil sonst würde diese Folge zu kurz gehen Flacker 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 Du ist Disco nicht Dusco Alter aber wachs doch jetzt mal Wachs doch jetzt mal Damit ich sehen kann was Flup Ich bin hier total versteckt Hinter meinem Schwarzen Umhang Mit meinen zwei Sperren Na gut Blubber blubber Hä War gar kein Ist gar kein Tauchgeräusch Cool Oh es war zu leise Oder es ist Zu leise Oh Ich glaube Also ihr könnt schon abschalten Ich werde jetzt auch schon mal sagen Vielen Dank fürs Ich habe gerade ein Pling gehört aber Nö Ähm Vielen Dank fürs Zuschauen Schaltet bitte 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 beim nächsten Mal wieder ein Und schreibt bitte mal in die Kommentare Wie euch das Video gefallen hat Was ich besser machen soll Und Abonniert mich Gebt einen Daumen nach oben Wäre sehr schön Wenn ihr immer mit dabei seid Mich verfolgt Bei YouTube also jetzt ne Die Videos verfolgt Und mal wirklich in die Kommentare schreiben Wie ihr Meine Videos überhaupt Wie euch Meine Videos überhaupt gefallen Beziehungsweise wie es dir gefällt Ja Letzter Allerallerletzter Blick zum Garten Dann gehe ich zurück Drücke die Z-Taste Und beende damit auch die Aufnahme Ich drücke vielleicht zweimal Z damit Tag ist Um dann zu gucken wie es dann am nächsten Beim nächsten Start ist Jetzt ist es tiefste Nacht Das sieht cool Das sieht echt geil aus Ich gehe mal kurz hier hin Das ist ein bisschen zu hell ehrlich gesagt Das ist gerade auch wirklich Gerade nachtgewandt Das ist ein bisschen zu hell Aber es sieht doch cool aus Wird mal ein Screenshot Warte mal Kting So Kurzaufnahme beendet Ich hoffe ich vergesse das auch nicht Du vergisst das eh Ich gucke mir vielleicht mal wieder die Videos komplett an Ja Gut Dann machen wir jetzt mal Tag Gut Jetzt ist es Tag Mal gucken wie es dann ist Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen Ciao Bis dahin Klick Tschüssig